Hi, Frank Tausch hier, Filmkritik TV, mit der Trailer-Vorschau zu Hotel Lux, in der Michael Bulli-Herbig ein naiver Hitler-Parodist ist, der aus natürlichen Gründen aus Nazi-Berlin fliehen muss. Er will nach Hollywood, landet aber in Moskau, wo er prompt mit Hitlers Astrologe verwechselt wird und so in Stalins Machtapparat kommt, ein Abenteuer auf Leben und Tod beginnt. Mit dabei Jürgen Vogel und Tegla Reuthen. Varieté Valetti präsentiert das neue Sensationsprogramm. Das Publikum ist aus den Häuschen, die Presse ist begeistert, Siegfried Mayer ist der Führer. Hans Zeisig. Mein Name ist Hans Zeisig, ich bin Komiker. Ich wollte eigentlich nach Hollywood, doch die amerikanischen Pässe waren aus und so kam ich mit meinen gefälschten Papieren nur bis Moskau, ins Hotel Lux. Und das ist alles andere als komisch. Wer hätte gedacht, dass einer wie ich die Weltgeschichte verändern könnte, ausgerechnet in Stalins Badezimmern? Darf ich erst noch was sagen? Roman? Ja. Nein. Kurt Walter? Ja. Hansen. Körnse, oder? Ich bin Mickey Mouse. Mickey Mouse ist ein Arschloch. Du bist also der neue Genosse, ja? Wir wollten bloß mal guten Tag sagen, ich bin doch Walter. Was machst du denn da? Nicht, das ist nur so. Was willst du hier? Was ist dein Ziel? Du kennst mein Ziel. Um hier rauszukommen, brauchst du ein Propusk. Und um durch Moskau zu spazieren, brauchst du eine Stadtpropusk. Ja, und wenn ich aufs Klo muss, brauche ich einen scheiß Propusk. Propusk! Nee, nee, ich heiß Meier. Propusk! Kommunismus ist der einzige Weg, raus aus dem Schlamassel! Friede, ich... Klar. Klar, Friede, Lisa, ist doch egal. Was führt ihn zu uns? Die Liebe! Was ist das denn? Sigi! Meier! Was machst du denn hier? Ich war müde, ich hab mich hingelegt. Friede, was machst du hier? Was ich mache? Wir versuchen ja alle, die Welt zu retten. Kannst du was, was machst du hier? Ich freue mich! Und du liegst auf meiner Frau? Ja, aber nice! Lachen Sie gefälligst! Wir haben Mittel, jeden zum Lachen zu bringen! Bulli macht einen gewagten Schritt weg vom Klamauk hin zur Tragikomödie. Ich finde das gut und bewundernswert. Was sagst du dazu? Und wie gefällt dir der Trailer? Der geplante Kinostart von Hotel Lux in Deutschland ist der 27. Oktober. Bis dahin wie immer viel Spaß im Kino. Tschüss aus Hollywood. Bis dahin! Ich note die WahrheitID. Anstatt auf dem Klamauk hah be lefte ich Klamauk. Vielen Dank.